Und ich sage Hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Geheimakte 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserer Handtasche und haben die Vermutung, dass die Katharina Jordan diese Handtasche haben könnte und wollten eigentlich einen Blick in ihre Kabine werfen. Und da steht jetzt aber ein Passagier, der auf seine Wäsche wartet und der wartet jetzt darauf, dass diese Klingel klingelinkt, damit er da verschwindet. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir hier, huch, ob wir die Klingel läuten können. Ja, du sollst hier auch läuten, die Klingel, Mensch. Was ist denn hier? Ah, okay. Ja, was, wie machen wir das denn jetzt hier? Achso, ja genau, wir sollen hier auch noch Sonnencreme für unseren Held vom Erdbeerfeld und unrasierter Brust besorgen. Gucken wir mal, können wir das hier mit dem... Ne, das geht nicht. Ah, hier, aber mit der Klingel. Mit dem Flaschenöffner. Ja, jetzt könnte durchaus der richtige Zeitpunkt sein, mal wieder was zu zerstören. So, was haben wir denn jetzt hier? Die Klingel. Klingt krank und hat offenbar auch keinen übermäßig beeindruckt. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, es etwas weniger krank und dafür lauter klingeln zu lassen. Okay, 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 okay. Was haben wir denn sonst noch so? Wir haben natürlich auch nichts großartig. Das, ähm... Oh, ich hab einen Blumenkranz gemacht. Oh, ist ja schön, ne? Ja, mit der Taschenlampe, das geht natürlich nicht. Ja, dadadadadadam. Ja, wie kann ich das denn? Das ist eine gute Frage. Na, das geht nicht. Okay, das geht anscheinend nicht gescheit. Hier ist noch ein Stoff. Den können wir ja mal nehmen. Ja, und wenn wir jetzt den Stoff hier um die Klingel machen... Nee, um den Flaschenöffner, auch nicht. Ich hab gedacht, ein bisschen zum Abdämpfen vielleicht. Ach, hier um den Blumenring. So, jetzt ist der Hut zwar immer noch nicht wirklich schön, aber für ein berühmtes englisches Pferderennen wird's schon reichen. Ah, okay. Eine Hutattrappe haben wir gebaut, alles klar. Ja, hm. Dann gucken wir mal. Da können wir ja nicht, da können wir ja nicht ran. Das geht ja nicht, die ist eh zu wahrscheinlich. Scheint keiner drin zu sein. Und ohne Schlüssel komm ich da nicht rein. Ja. Okay. Was hatte die oben an? Die hatte eine Sonnenbrille auf, einen Bademantel an und einen Hut auf, ne? Wir müssen uns jetzt ja ein bisschen wie sie verkleiden wahrscheinlich. Und wir hatten Klamotten in unserem Koffer. Mal sehen, was für halbwegs brauchbare Klamotten ich da drin noch entdecken kann. Wir nehmen den Bademantel mit. Wir können das alles mitnehmen, ja? Okay, dann nehmen wir das alles mit. Ja, dann. Hupala, hupala. Dann müssen wir mal gucken. Das ist natürlich schon, ja. Was ist denn mit der Tür da hinten? Ach, das ist Kabine Nummer 7. Da, die wird auch zu sein. Scheint keiner drin zu sein. Und ohne Schlüssel komm ich da nicht rein. Alles klar. Was ist denn hier mit der Tür? Finden wir hier irgendwas, um die Klingel besser zu klingeln hier? Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder hoch. Und wir haben um 20 Uhr heute Abend ein Date mit einem anderen Passagier, der uns über die merkwürdigen Vorkommnisse informieren möchte. Oder der da irgendwelche Informationen zu hat, auf jeden Fall. Auffernsehen ist weiterhin aus. Wir haben hier im Fernsehen eine Rede von einem komischen Priester gehört, von so einer merkwürdigen Sekte. Nee, hier ist auch nichts weiter. Alles klar. Dann können wir hier wieder weggehen, Nina. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich mal irgendwie in die Kabine kommen, von der Frau Jordan. Und da schauen wir uns jetzt draußen mal nochmal um ein bisschen. Können wir jetzt hier eigentlich hoch? Ah ja, jetzt können wir auch aufs Oberdeck gehen. Vielleicht finden wir da noch was. Vielleicht haben wir Glück. Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Das weiß ich nicht. Okay. Die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Eine Lüftung. Die können wir uns aber nur angucken. Das gehört wohl zur Klimaanlage. Die Luft, die da rauskommt, ist ganz schön heiß. Alles klar. Und die Tür? Ach, der Kapitän, ja. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Ja, meine Handtasche ist weg. Ich störe ja nur ungern, aber meine Handtasche ist weg. Hören Sie, gute Frau. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich muss mich um das Schiff kümmern. Wenden Sie sich doch bitte an den Portier. Der ist für solche Dinge zuständig und kann Ihnen bestimmt behilflich sein. Ja, ich dachte nur... Entschuldigen Sie mich bitte. Unser derzeitiger Aufenthaltsort erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Eine angenehme Fahrt noch. Ja, alles klar. Okay. Können wir hier auf den Hubschrauberlandeplatz. Ne, da geht sie nicht rauf. Dann gehen wir mal wieder runter. Habe ich hier noch was übersehen? Ne, ich hoffe mal nicht. Dann können wir bestimmt auch mal runter aufs Unterdeck. Da war ja nachts zu. Da konnten wir ja nachts nicht hin. Ach, guck mal. Hier kann ich durchs Fenster spitzeln. Ah, das ist die Kabine von dem Typen, der mit uns essen gehen möchte. Und dann ist das hier die Kabine von der Frau Jordan. Mal gucken, ob da unser... Das müsste Kabine Nummer 4 sein. Unsere Handtasche ist. Ja, da kann ich aber auch nichts. Also ich sehe jetzt hier keine Handtasche. Alles klar. Okay. Vielleicht ist das ja auch gar nicht die richtige Kabine. Komm, wir gehen hier mal weiter. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Da waren ja noch mehr Kabinen. Auf der anderen... Ach, da... Ne, da kann ich nur wieder hoch. Ha, habe ich hier... Ne, habe ich hier irgendwas übersehen? Nö. Okay. Na, dann mal wieder rauf. Na, dann gehen wir mal hier. Jetzt gucke ich mal, was hat die denn angehabt da? Ja, so einen hässlichen Hut und einen Bademantel. Kann ich das hier anziehen? Ja, dann zieh das mal an. Einzelne Verunstaltungen anzulegen, halte ich für sinnlos. Wenn schon grauenvoll, dann bitte auch das komplette Paket. Ach so, das muss ich hier erst im... Kombinieren. Ich finde diesen weißen Bademantel einfach stinklangweilig. Und egal mit welch tollen Accessoires ich ihn ausstatte, daran wird sich vermutlich auch nichts ändern. Ja, das... Ach so. Und die hat auch einen rosanen Bademantel. Jetzt könnte ich natürlich meine roten Socken erst mal mit dem Bademantel waschen. Weil ich brauche ja dann einen rosanen Bademantel. Und mir fehlt auch noch eine Sonnenbrille. Ah, Probleme über Probleme. Ich sage es euch, liebe Leute. Den Typi da unten müssen wir ja auch noch... Keine Ahnung, wo sich der Portier rumtreibt. Aber er muss hier... Ja, alles klar. Das hatten wir schon mal ausprobiert. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Ha, jetzt müssen wir den Typen da halt irgendwie wegkriegen. Die Frage ist halt, wie? Der wartet ja, dass seine blöde Wäsche fertig wird. Kann ich die Waschmaschine... Kann ich die hier nicht irgendwo mit... Nee. Hm. Was ist denn hier? Klingel. Kann ich damit irgendwas machen? Mit dem Flaschenöffner? Nö. Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Ich habe sie kaputt gemacht. Und dann muss man auch mal konsequent sein und sie kaputt lassen. Alles klar. Ja, hm. Ach du meine Güte. Jetzt habe ich aber wirklich überhaupt gar keine Idee. Was kann ich denn hier machen? Nee. Ha. Ich müsste ja... Ne, bleib mal stehen, Nina. Kann ich hier nicht... Ne. Handwäsche, habe ich gedacht, wäre ja vielleicht noch was. Aber das geht auch irgendwie nicht. Das Waschbecken ist in einem erbärmlichen Zustand. Ja. Das ist wohl wahr. Ich habe halt auch kein Werkzeug, kein nix. Ne, habe ich hier noch irgendwas? Der Seifenspender, Waschbecken, Klingel, der Trockner ist ja kaputt. Und da hängt ein Schild dran. Der Trockner scheint defekt zu sein. Ja, und hier das Ding ist auch kaputt, ja. Die Wäsche scheint fertig zu sein, aber offensichtlich schaltet die Maschine nicht automatisch ab. Ja, dann schalt du doch mal ab hier. Die Programmwahl scheint defekt zu sein. Ja, hm. Womit tüdeln wir das denn jetzt mal wieder heile hier? Die muss ja heile gehen irgendwie. Ähm, 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 ähm. Na, mit dem Poster ja wohl nicht mit Marzipankartoffeln. Kann ich das da rankleben? Nee. Das galt nicht. Hätte ja klappen können. Taschenlampe. Flaschenöffner. Oh. Na, mit dem Poster ja wohl nicht. Mit der leeren Tube auch nicht. Oh, da kann ich Seife reinmachen. Ich könnte diese Aktion jetzt böse kommentieren, aber ich finde, wirklich fiese Ideen müssen nicht noch kommentiert werden. Ja, das finde ich auch. Jetzt haben wir hier Seife reingemacht. Das ist gemein. Okay. Mit der Klingel können wir hier nichts machen. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich... Ich weiß ja jetzt hier eh nicht, wie ich das hier machen soll. Dann gehen wir mal wieder hoch zu dem Typ, der uns aufgetragen hatte, Sonnencreme zu besorgen. Wir haben jetzt ja sowas ähnliches wie Sonnencreme besorgt. Ich meine, Seife, Sonnencreme, fängt beides mit S an. Also da kann man sich schon mal versehen, würde ich sagen. Und dann bringen wir ihm das doch mal. Vielleicht bringt uns das ja irgendwie weiter. Also ansonsten müssen wir mal schauen. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Der liegt da nämlich auf seinem Sonnenstuhl. Schönen guten Tag, junger Mann. Ich habe hier Sonnencreme. Ich hätte hier was für Sie, für die perfekte Bräune. Damit tue ich vor allem mir einen Gefallen. Er dreht sich dann endlich auf den Bauch und ich muss mir weder sein Gesicht ansehen, noch seine dämlichen Sprüche anhören. Oh, das ist prima, Schätzchen. Danke. Ach ja, wenn Sie schon mal hier sind, dann können Sie mir aber gleich noch den Rücken eincremen. Ja, unbedingt. Ah, die Sonnenbrille. Alles klar, nimm die Sonnenbrille. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Jetzt können wir die Sonnenbrille. Bestimmt hier zu dem Hut, genau. Und jetzt fehlt hier nur noch der Bademantel. Ja, und der muss, der muss rot. Das heißt, da müssen wir, also der muss rosa sein, ne? Also mit den roten Socken muss ich den wohl waschen irgendwie. Und ich habe ja noch einen Baseballcap. Kann ich das dem Jungen hier geben? Nö. Ah, da sind noch CDs. Kann man da vielleicht irgendwas noch mitmachen? Okay, jetzt habe ich eine CD. Na, hervorragend. Was ist denn das hier? Eine der als Untersetzer benutzten CDs. Ist leider kein Aufkleber drauf, der mich über den Inhalt aufklären würde. Dafür kann man sich schön drin spiegeln. Ist ja auch was. Okay, haben wir hier noch was übersehen. Ja, die Zahnstocher. Okay. Kann ich da jetzt was draus bauen, hier mit der komischen Klingel? Ne. Schade eigentlich. Ich würde da ja gerne die Klingel irgendwie... Hm. Draus basteln mit den Zahnstochern, aber das will nicht so ganz. Alles klar, mit der CD kann ich auch nichts machen. Die Tischtennisplatte wohl auch eher nicht. Über den Sinn von Tischtennisplatten. Ja, da hatten wir. Das hatten wir schon mal. Dann gehen wir mal. Okay, okay, okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir da mit dem Zahnstocher irgendwas machen können noch. Da ist ja nichts weiter gewesen. Ich gucke hier jetzt auch nochmal. Was ist das denn? Tresen. Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu schauen oder zu sprechen. Ach ja, genau. Ja, genau. Da kommst du nicht rüber. Das hatten wir schon mal. Tresen. Die Schale. Ein Bolzen. Der steckt fest in der Wand. Den kriege ich nicht raus. Okay. Kriege ich den hier mit raus mit dem Flaschenöffner? Nee. Okay. Ich habe auch keine Zange oder irgendetwas. Zahnstocher. Nö. Was ist denn hier mit der Luke? Ich bin verplumbt und ich sehe derzeit keinen Grund, die Plombe aufzurechnen. Ja, alles klar. Okay. Dann gucken wir hier nochmal, ob wir da irgendwas vergessen haben. Aber ich glaube nicht. Das haben wir angeschaut. Dann gehen wir weiter, Nina. Nee. Alles klar. Ja gut, dann gehen wir mal wieder runter. Vielleicht haben wir auch irgendwas im Zimmer übersehen oder so. Das könnte natürlich auch sein. Ach, irgendwie müssen wir doch an die Waschmaschine kommen. Mensch. Jetzt gucken wir aber erstmal nochmal in unserer Kabine. Ob wir da irgendwas übersehen haben. Was ist denn hier? Ein Vorhang. Boah, ist der hässlich. Ach komm, Nina. So schlimm ist das nicht. Nicht öffnen. Wohl auch besser so, sonst stünde meine Kabine bereits nach der ersten großen... Ja. Und was haben wir denn noch? Den Lautsprecher, ein leeres Regal, das Bett. Ja, nee, hier ist auch nichts weiter. Das ist ja merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir ja nun Zahnstocher und CD. Ja, hier lang bitte, Nina. Und dann schauen wir mal. Ja, hier haben wir ja nichts übersehen. Das sind die beiden Türen. Alles klar und der Passagier. Ja, dann geh mal hier lang. So, und jetzt gucken wir mal, aber mit dem Zahnstocher... Nee, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Okay, und... Na, mit der CD, wieso sollte das denn funktionieren? Na, das wäre auch ein bisschen merkwürdig gewesen. Komisch. Komisch, komisch. Ha. Ha, 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 ha. Ja, aber wie... Die Wäsche scheint fertig zu sein. Ja, und die Maschine schaltet nicht ab. Und das müssen wir doch irgendwie... Muss das hier doch gehen. Das ist doch echt merkwürdig. Kannst du da nicht einen Zahnstocher ran tüddeln, hier? An die Waschmaschine. So reinklemmen. Nee. Das will sie einfach nicht machen. Ach, Menno. Und was mache ich denn mit der CD? Ich gucke mir die mal genauer an. Die ideale Möglichkeit, sich auch Tage nach der eigentlichen Mahlzeit noch eine kleine Portion seiner Lieblingsspeise zu gönnen. Ihhh. Ihhh. Ja, das finde ich ja trotzdem ein bisschen mysteriös hier. Na gut, ich würde aber sagen, wir machen hier tatsächlich im nächsten Part weiter und gucken dann mal, ob wir irgendwie unseren weißen Bademantel mit den roten Socken in die Waschmaschine kriegen, damit wir unsere Verkleidung fertig bekommen, damit wir endlich in die Kabine reingehen können. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.